hey freunde willkommen zurück zu hogwarts legacy und ich zeige euch heute wie ihr die magischen türen öffnet mit den zahlen und den symbolen darauf und zwar ist das eigentlich relativ einfach ich zeige euch heute genau wie das funktioniert und wie ihr das wirklich auf alle türen in hogwarts legacy anwenden könnt ja hier haben wir so eine magische tür und da schauen wir einmal drauf und da sehen wir verschiedene zahlen und symbole und natürlich fragezeichen jetzt ist die frage erst mal wie ist überhaupt die lösung dazu und wie kann man denn überhaupt vorgehen als erstes müssen wir hier in dem bereich oder in dem raum relativ in der nähe ist das immer diese fragezeichen erst mal finden also eine schalttafel mit einem fragezeichen und eine schalttafel mit zwei fragezeichen da drehen wir uns einmal um zum beispiel hier ist die schalttafel mit zwei fragezeichen da drüben ist die schalttafel mit einem fragezeichen die sind immer relativ in der nähe also zumindest in diesem raum wo gerade diese magische tür ist und ja jetzt ist natürlich die frage wie lösen wir das ganze auf den fragezeichen sind entsprechend immer symbole angeordnet und wir müssen jetzt einmal herausfinden welche zahl welches symbol ist das ist eigentlich gar nicht so schwierig sondern eher relativ simpel wir schauen uns jetzt erstmal die tür ganz genau an und sehen dass dort symbole drauf sind und diese symbole sind quasi nummeriert ihr könnt dafür ein zettel im haus finden der euch dann sagt dass unten links die null ist und unten rechts ist quasi die neuen das wird also einmal durchnummeriert diese ganzen symbole und diese zahlen blende ich euch jetzt hier noch mal ein damit ihr das genau wisst wie die aussehen den zettel braucht ihr nicht unbedingt ihr könnt es auch so lösen und und wir schauen uns das dann genau an wir sehen also im oberen feld bei der ersten fragezeichen ist eine 1 und das spinnen symbol das spinnen symbol hat in diesem fall die zahl 8 die zahlen sind wirklich immer gleich also die sind bei jeder magischen tür gleich angeordnet nur die rechenaufgabe in der mitte ist eine andere wir müssen dann erstmal 1 plus 8 also 1 plus das spinnen symbol rechnen da kommen wir entsprechend auf 9 jetzt müssen wir unser ergebnis was wir ausgerechnet haben mit der 13 subtrahieren also wir machen dann 13 minus 9 bleibt im endeffekt die 4 übrig und die 4 ist das fragezeichen jetzt gucken wir wieder auf unsere tafel die 4 wäre in dem sinne das symbol ziemlich weit oben das ist die 4 also 1 weiter als diese dreiköpfige schlange und das heißt wir können als erstes dieses symbol oben für fragezeichen 1 einsetzen natürlich können wir dann auch noch das zweite bzw müssen das zweite lösen um die tür aufzumachen und da haben wir dann unten wieder ein symbol das in dem falle die nummer 3 darstellt und die 3 rechnen wir plus die 13 dann sind wir bei 16 und das muss man dann wieder minus 21 rechnen das heißt im endeffekt kommen wir da auf die 5 und können dann oberhalb dieses kraken symbol benutzen bei dem zwei fragezeichen trigger quasi und da gehen wir jetzt einmal hin und richten das entsprechend ein drehen uns also einmal um wissen genau wir gehen erstmal hierhin das ist das symbol nämlich mit dem einen fragezeichen haben wir gerade schon gesehen das packen wir auf diese eule genau die eule gucken wir noch mal die eule war nämlich genau die 4 das wäre jetzt die lösung für das erste und jetzt müssen wir natürlich noch diese lösung für die zwei fragezweichen nehmen was ja in dem fall die 5 war die 5 ist also dieses graben symbol und genau dieses symbol müssen wir jetzt bei den zwei fragezeichen einrichten um das rätsel zu lösen und um die tür dann zu öffnen drehen uns also wieder um und gehen dann hier rüber an das symbol mit den zwei fragezeichen machen dieses graben symbol rein können dann zur magischen tür gehen und quadrat drücken ja jetzt können wir hier die truhe aufmachen finden da natürlich immer ganz coole sachen drin und wie gesagt diese magischen türen sind halt überall im haus verteilt aber die lösung ist theoretisch immer die gleiche also wir sind jetzt hier zum beispiel im turm drin ihr seht das hier nochmal große treppe da sind wir ungefähr da ist diese tür die magische tür aber es gibt noch sehr viele andere hier im haus und die müsst ihr dann entsprechend lösen wie gesagt das grundprinzip ist immer das gleiche wenn ihr wisst wie die zahlen aufgebaut sind und das sind es bei jeder tür gleich müsst ihr eigentlich nur noch die matte aufgabe lösen und wenn ihr die gelöst habt könnt ihr halt die tür öffnen euch den looter rausholen und entsprechend euch ein schönes outfit machen ja freunde das war es eigentlich auch schon ich zeige euch jetzt hier im abschluss nochmal die zahlen damit ihr die immer parat habt und wünsche euch auf jeden fall noch viel spaß falls ihr euch helfen konnte falls euch der guide geholfen hat lasst gerne ein däumchen hoch oder auch ein abo da und dann sehen wir uns beim nächsten video macht's gut leute adios und ciao